Wie nennen wir dieses neue Produkt? Quark! Wie kommt nur auf so einen Scheiß? Sorry. Da sind wir zur ersten Folge The More Game. Und zwar habe ich mir schon was rausgesucht. Ich hatte eigentlich was anderes rausgesucht, allerdings fehlt mir dafür gerade der Ungespielt und der Zombie. Ich wollte eigentlich gegen die die erste machen, aber okay. Dann probieren wir das erste Mal Alone. Ich erzähle mal kurz, was das ist. Beim Ender-Game ist es nur den Barbar spielen, aber ich darf einen Holzschwert oder einen Eisenschwert oder einen Diamantschwert benutzen und einen Bogen. Aber nichts anderes. Keine andere Rüstung oder ähnliches. Und falls ich das unerwartet schnell schaffen werde, werde ich das machen, was er dazu noch geschrieben hat. Danach und zwar... Fick. Und zwar... Nur Leute mit Port-Pfeilen zu töten. Und falls ich das nicht schaffen sollte hier... Ist meine Strafe, dass ich bei jemandem anrufe und mich als Verkäufer für ein neues elektronisches Gerät ausgebe. Also für den Computer quasi. Äh, ja. Ja, das war das, was ich sagen wollte, ne? Und ich hoffe, ich schaffe das. Ah, da sind coole Sachen drin. Darf ich alles nicht so benutzen, ne? Bin ich nicht schlau? Oh ja, du bist intelligent wie ein Stück Holz. Bam, 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 bam. Boah, erst mal das Holz. Ich möchte jetzt erst mal mir ein Eis und Schwert machen. Bin gespannt, ob ich das irgendwie hinkriege. Aber ich bin ja... Ich bin ja hier der PvP-Babo. Ha, das ist für mich doch kein Problem. Zack, 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 zack. Nimm mir die wieder mit. Das ist meine Bank. Hey. Nicht nett von dir. So. Habe ich zwei Diamanten? Oh, ich habe Diamanten. Dann machen wir jetzt direkt ein Diamantschwert, ne? Weil, Kinder, wie wir wissen, sind Diamantschwerter besser, ne? Kannst du mal bitte ein bisschen stehen bleiben. Ich komme, eh. Ah. Extra dahergesprungen in den Abgrund, nur um ihn zu töten. Wie asozial. Aber okay. Ist da ein anderer unten im Abgrund, ne? Soll der sich da rumqueren. Erste erst mal meine Ofen-Kartoffel. Mit lecker Quark oder so. Quark. Klingt wie eine Ente. Quark. Wie nennen wir dieses neue Produkt? Quark. Wie kommt nur auf so einen Scheiß? Sorry. Kannst du bitte stehen bleiben? Äh, hier. Äh, ich sehe deinen Namen leider nicht, ne? Hören wir es mit, ähm, behindert. Ah, ne. Ah, ne. Ich guck mal in die Kiste. Da gibt es viele tolle neue Sachen drin. Äh, kannst du mal bitte, äh, bitte. Ach, komm. Ähm, hier. Danke. Ich muss dich leider ein bisschen, äh, penetrieren. Aber, das Gute ist, es würde dir Spaß machen. Oh, du hast eine Tour getötet. Ein bisschen asozial findest du nicht? Ah ja. Selber Schuld. Wer hier Kühe tötet, der muss halt sterben. Ähm. Aber was haben wir denn da hinten? Unser nächster Freund wartet da oben auf uns, auf dem Berg. Er möchte auch ein bisschen von unserem Quark. Oh, verdammt. Au. Ich heiße es, wenn ich irgendwo hingepartet werde. Ich esse es mir erstmal eben schnell voll. Danke. Alles Tutti-Futti bei euch? Bei mir ist alles Tutti-Futti. Äh, wenn alles bei euch Tutti-Futti ist, dann ist bei uns überall Tutti-Futti. Tutti-Futti-Tutti-Tutti-Futti. So. Bam-Bam-Bam. Bam-Bam-Bam-Bam. Bam-Bam-Bam. Äh, der ist nicht mehr so weit weg, ne? Der steht da. Ey, du. Hey. Hey. Du. Hey. Hey. Hey du. Hey. Hey. Hey, warte. Kannst du bitte... Ich... Ah, ich hab auch einen Dir-Mann-Schwert. Cool. Und wir sehen, wer mehr reinhaut. Oh, ich hab gewonnen. Wer hätte das gedacht? Oh, verdammt. Wir wollen wieder geportet. Ah, mit Essen ist noch voll. Na gut, na gut, na gut. Ah, da vorne steht einer oben. Einfach pübsch nochmal. Was machst du denn da? Lass mal aufhören? Ist doch irgendwie dumm oder so hier. Äh... Äh... Hä, 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 hä. Pappt. Haben ihn erwischt. Es sind noch vier Menschen. Ach ja, ich kann mich mir mal entnicken, ne? Weil ich ja noch hier voll am, äh, töten bin. So, meine Damen und Herren. Dahinten steht der Nächste und guckt. Ach, komm, ich hab nur Barbar-Zeug an hier. Barbar-Zeug. Ähm, ihr könnt Eisenrüstung tragen. Damit seid ihr voll die Vorteile, alter. Voll die Vorteile, dicker. Pau, pau. Ja, mich hier anzünden wollen, ne? Pff, 200 Blöcke, da mach ich doch mal eben wieder eine Stunde oder so. Ist ja nichts. Ba, 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 ba. Nix benutzt dann außer meinem Zeug. Ich will so gern Eisenrüstung mehr machen. Mein mach mit Graurin. Mein mach mit Graurin. Aber wo finden wir den nächsten Gegner? das ist die es braucht mein essen hat er ender perle darf ich auch nicht benutzen wäre unfair dafür nicht benutzen essen darf ich schon benutzen außer würde ich mal sagen weil das wäre ultra und fähig nicht mehr essen benutzen dürfte das müsst ihr eine extra stelle nicht sehen ja ich verzichte schon auf die besten sachen okay tschüss what the fuck wie viel schaden machst du denn für den jahr das war die dunkle seite ort nein ich du auch noch verdammte kacke ich brauche leben ich brauche leben ich brauche okay das ist rand ich habe kein leben digga ich nix leben du nix leben wir beide haben nix zu leben verdammt nein ich hatte nix zu leben nix zu leben hatte nix zu essen nein ein kill hat mir gefällt ein kill das ärgert mich jetzt ja leider muss ich jetzt die strafe machen ich habe hier tatsächlich eine unbekannte nummer wo ich die nicht kenne die person sie mich auch nicht ich habe die nummer von einer freundin gerade bekommen die meinte ruft da mal an und ich kenne ihn nicht das ist also für mich eine fremde person und sie mich auch nicht und das ist wirklich so und ich muss jetzt anrufen und natürlich ihr neuen elektronischen computer verkaufen wenn sie angeht herr firma schlüte sie hatten angerufen weil sie interesse an einen neuen elektronischen computer hatten stimmt das sicher das ist genau ihre nummer soll ich sie mal vorlesen sicher dass das nicht ihre aber wir haben wirklich ihre nummer aufgeschrieben aber der ist brandneu und sie haben ihn bestellt natürlich das steht genauso in unserer datenbank ich ihnen auch trotzdem auch wenn sie ihn nicht man scheiße ich bin so schlecht und sowas das ist so peinlich für mich sorry